Musik Ich möchte Sie alle im Namen der Vereinigung der Mund- und Fußmalen-Künstler in aller Welt zum Delegiertenkonvent und Künstlertreffe in Mexico City begrüßen. Zu dieser Woche luden wir Mund- und Fußmaler aus der Dominikanischen Republik Ecuador, Guatemala, Haiti, Mexiko, Peru und Venezuela ein. Mit diesem Künstlertreffen geht auch die Durchführung eines Delegiertenkonventes einher. Die von den vollen und assoziierten Mitgliedern gewählten Delegierten stammen aus 20 Ländern aller Kontinente. Es ist der 12. Delegiertenkonvent der Vereinigung und er wird in die Geschichte eine besondere Rolle einnehmen, steht durch die Wiederwahl unseres Präsidenten sowie weitere Vorstandsmitglieder auf der Tagesordnung. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Es entfallen auf unseren Präsidenten 36 Stimmen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.